Hallo und willkommen zur nächsten Runde von Battlefield 2. Wir spielen Battlefield 2 mit Flo. Hallo euer Topshop Flo. Matthias sagt kein Hallo alles klar. Ja hallo guten Tag. Und ja versuchen jetzt wieder in der Mission Operation Harvest glaube ich hieß sie. Ja Operation Harvest. So war das. Seid ihr schon wieder alle ab? Wo seid ihr denn schon? Ich bin schon beim ersten Kontrollpunkt du. Oh ihr seid solche Fotze. Ja ich muss erst mal laden. So. Da wo der Stern ist da bin ich. Ich seh's gar nicht. Wo ist denn der Stern? Dann drück auf M. Dann siehst du den Stern. Ah. Tank. Tank. Ach da okay also in die Richtung. Okay. So ich bin auf anderen Städtsburg. Ich bin bei hier in Welchbetrieb. Aber wo bist du? Welchbetrieb. Okay. Warte dann komm ich mal okay. Jo macht das. So ich hab schon zwei ausgeschaltet. Damit hab ich nicht gut. Ich hab vier getötet. Ja vier hab ich getötet. Die Möps sind vom Design her aber nett aus. Besser als alle COD-Möps in einem. Hm. Ist so. Das hat jetzt schon mehr Sachen zum Anschauen. Ja das ist ne neue. Also ne neue Kat ist relativ aber. Äh die ist auf der 1.5 ist die gekommen. So wir haben schon wieder alles was wir. Ich treffe den und töte ihn. Ich war doch Mats. Ne. Matsu ich bin hinter dir warte. Oh oh scheiße. Matsu was geht hier ab? Was geht hier ab alter? Total extrem alter. Da kam ein Stück ey. Alter was geht da denn ab? Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Oh iiii. Ich bin egal da. Well done. Thanks. Well done. Thanks. Wo ist der scheiß Panzer? Oh man der hast du die gekriegt ne? Alter was ist das denn? Da explodiert so ein Drecksfass. Und ich sterbe dadurch. Matsu ich bin mal hinter dir ne? Ich hab immer so'n. Oh. Madik hinter mir der mich wiederbelebt. Total geil. Nein ich hab gar keinen Madik bei mir. Von Osten. Wie von Osten. Wo ist der Tank? Hier Ost. Ne doch nicht. Tut mir leid. Komm mal mit. Doch da ist was. Wo seid ihr? Milchbetrieb oder Getreide? Milchbetrieb. Aber wir gingen grad Richtung äh Getreide. Gehen wir grad. Ja warte lauf mal dieses schnell. Ich hab nicht solche Ausdauer. Ja. Das war ein Avatar geschossen. Hast du doch geschossen? Mal lass mal in die Tanke schießen. Panzer. 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 Oho. Zwei Panzer. Zwei Panzer. Dann hau die mal weg. Oh 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 oh. Er schießt mich an. Er schießt mich an. Er schießt mich an. Warte wo ist der Wichser? Ah da vorne. Da vorne. Ja warte ich hab C4. Zwei Panzer auf. Zwei Panzer. Zwei Panzer auf. Fuck you. Ich bin immer alleine wo seid ihr denn? Ich hab ihn gekriegt. Hab ich den erwischt? Ja hab ich. Ich hab ihn. Okay. Soll ich beim Getreideheber. Du hast den anderen. Sauber. aber nicht sein lieber genau dass er weiter sind hier viele panzer Junge wird sie hat die Panzer als erweckt das ist der Kurs ich bin tot er wird auf jeden Tag er wird so 2.0 hat er liebten äh also lieben er hat sich das ist von der Jungen Ihr könnt nicht fahren. Oh Gott. Miau. Ich nehme mal eine andere Waffe, ne? Also wie die Bots einfach von der Artillerie wegfahren müssen. Ja, ich nehme mal die Shotgun, glaube ich. Oder ne, Panzerabwehr ist schon ganz nett. Ich habe ihn überfahren, Mann. Warte, Matze. Jo, musst du einen ausschmeißen bei mir. Ja, den kille ich einfach. Nein, kannst du so rausschmeißen, kannst du einfach einsteigen. Ne, wir sind einfach anders. Ja, wo denn? Ja, nicht mal Flo. Hab ich den jetzt rausgespüßt? Ja, sauber. Mann, wie nett bin ich denn, ey. So, ich fahre. Ja, ich merks. So, ich hab Panzer. Ne, doch nicht. Da seid ihr. Ja, ja. Komm, stirb, du Wichse. Ah, fuck. Ich hab dem Panzer, ich hab am Panzer zu viel dran. Ich will weggehen, weg vom Panzer. Jo, 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 jo. Alter. Damn. Hab ich gegeben, Junge. Ja, ich seh's wohl. Mist. Ja, toll, ey. Ja, Matthias, das war meiner. Ja, ich hab's wohl gemerkt. Ich brauch mal ein bisschen Munition. Will jemand mit einsteigen? Da ist ein Tank. Ne, ne, du musst nur den Tank erheben. Oh, da kommt schon wieder ein Panzer. Wo kommt der? Da hinten. Ah, Gott. Könnt ihr nicht die Map sehen? Bei Getreideheber. Da hinten. Ich kümmere mich grad drum. Komm schon, komm schon. Ich bin hinter dir, Martin. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, da geht er auch noch daneben. Warte, ich hab C4, warte, warte, warte. Oh, Mann. Da kommt noch ein Tank, Martin. Warte, den hole ich, ja? Ja, sieh zu, der schießt mich sonst gleich an. Ja, hol ihn dir, hol ihn dir. Ja, du kannst nicht viel mehr. Das ist blöd. Das ist natürlich gut. Martin, den hast du doch eh schon geholt. Habe ich? Ja, Martin. Mit M1, A2. Martin, bist du das? Ja. Ja. Komm rein. Leute, fahrt mal von mir weg. Okay. Hehehe, Alter, ich hab vier Leute gekillt. Habt ihr mit dem Auto rum rum? Panzer, ne? Habt ihr gesehen. Hehehe, wie geil. Einfach mal drei Leute gekillt im Auto. Oh, Gott. Alter. Kann nicht wahr sein. Sollen wir uns schon, schnau uns wieder raus. Bis wieder gegen mich meuteln, du. Ja. Da kann ich nichts für. Ha, ich bleibe. Oh, Mann. Muss noch mal, Mann. Alter, von wo werde ich eigentlich angeschossen? Da ist ein Auto. Ja, das fies mich nicht an. Das sind die Panzerabwehr, okay. Die mich versuchen zu töten. Da ist noch ein Auto! Panzer, 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 Panzer. Bumm. Oh Gott, ich hab grad voll die Mauer geküsst. Lecker. Wo seid ihr? Milchbetrieb oder? Nee. Geh, war hehehehe. Oh, neulet die Zunge. Nein! Mist. Oh Gott. Zwei Tanks. Zwei Tanks, Junge. Wo? Hier. Da wo die euren Heubeilen sind. Ja, warte ich hol nen Tank eben. Ja, ich hab selber einen. Oh, ich krieg den nicht down, ey. Ich krieg den nicht down. Junge, was ist das denn? Ja! Ey Flo, ich bin hinter dir. Ja, ist da. Achso, ja gut. Warte mal, wo ist das eine denn? Lass mal gleich ganz nach vorne. Lass mal nach vorne fahren, Mann. Ja, ich bin hinter dir. Drei Tanks, drei Tanks. Helft mir, Jungs, helft mir. Nee, wir fahren grad nach vorne. Wir fahren an die Front. Oh, ja, komm. Ich bin hier grad selber an der Front, weißt ihr das? Oh, ich sterbe gleich hier. Oh, ja. Eine Person vorne, zwölf Uhr. Okay. Wo? Ach da. Ach, da ist noch einer. Junge war das knapp grad. Hab, hab, hab. Oh, Panzer. Schieß einfach drauf, der tut dir nix. Ach der ist eh kaputt. Lolololololololololololol Los geht! Oder? Ja doch rausgehen, na? Ey Focke. Ey Focke ist eigentlich los. Oh Gott martin. Guck mal, wir nehmen dir. Kann ich. Ach, da bist du. Moin. Moin. Oh Gott, das war das. Da sind Leute im Gebüsch, ich will aufpassen. Jetzt, hinter dir. Meinst du mich, Martin? Alter, scheiße. Habst du hier so können. Oh Gott. Alter, stirb weg, du. Watt, schau. Ich nehme mal hier die Flacke ein, ne? Ist irgendjemand aus meinem Team hier, nein. Ich komme, äh. Warum auch? Oh mein Gott, war angeschossen. Ich seh dich, Fotzer, ich seh dich. Wo? Er kriegt mich mit einem Schuss, ey, ist klar. Was willst du schon zu wichtig? Zerdeppert. Äh. Ey, Mann, du bin hinter dir. Haha, den hab ich Feuer erwischt. Ach ja, Matze, die Kills sind da, wo dieses Fadenkreuz ist. Und die, äh, Tode, wo der Todkopf ist. Wow. All. Ich weiß, da hat es ja eben 27 Stück. Oh Gott, Junge, das ist voll evil hier. Bist du bei mir, äh, wo bist du denn jetzt? An der Front, oder was? Ja, direkt an der Front, wo das erste Ding ist. Ja, warte, ich komme auch, ich bin gerade auf dem Weg. Genau, aber gerade am Laufen. Wow, Junge, ich bin tot. Ich komme mal mit einem Auto, steig im Auto rein und der kommt mit einer Gegenwehrfange. Was? Da hat das Auto eine kleine Schocksehe. Hat jemand da eine Artillerie hingefordert? Ich habe unsere ganzen Einheiten auf dem... Matze, das ist mein Kill. Ey, Flo, komm mal hinter dich. Ah, hallo. Oh, Panzer, Panzer, Panzer. Alter, guck mal, jetzt fahren die da alle raus, weil die Artillerie feuert. Komm, Flo, einen noch, dann hast du ihn. War es einen noch. Ja, ist gut. Ist schon zu spät. Zu spät. Zu spät. Alter, das geht hier gerade voll ab, Junge. Alter, aber richtig, wa? Ich sehe gar nicht, von wo ich beschossen werde. Ich versuche hier gerade alles zu retten. Ich werde von hinten nicht beschossen. Das ist so gut wie jeden Kill, Matze. War? Von da, ihr Hundesöhne. Ich habe gerade Isaak Neff, damit ich umrach und hier ist. Hier ist noch ein Tank, falls jemand ein Tank will. Komm schon, lag nach, lag nach, lag nach. Was ist das denn? Oh, oh Gott. Oh Mann, das kann nicht sein. Schon wieder tot, ey. Hilf mir doch, hilf mir doch, du scheiß Medic. I need a Medic here. Oh, der fährt der Panzer über mich, ey. Game Method. Oh. Aber Hardcore. Oh, Lull. Lull. Drei Leute gegen mich, ich bin tot. Nau. So. Weißt du was, neben einem Stößpunkt, da sind zwei Panzer, ey. Und noch ein dritter, der da frei ist. Das ist unglaublich. Dann sind sie so uninkompetent und fahren da nicht hin, ey. Ich habe schon wieder da hin. Feindlicher Panzer. Warten, warte. Ich bin hinter dir. Ich bin, ich glaube... Ja, ich weiß, ich sehe es ja. Oh, komm. Du bist mein Haar-Rider und hier ist ein Tank, du kannst dich snacken. Okay, warte, nee, ich bin eher Panzer-Werkarte. Ich warte, bis irgendwelche Spacken kommen. Da hinten zum Beispiel. Alter, ey. Oh, lad doch mal endlich nach, ey. Fuck you. Fuck you, man so ein Bitch, alter. Boah, gutes Englisch, ey. Yeah. Und natürlich, ey, da kriege ich den nicht da. Der hat mich versucht mit seinem blöden... Ja, den habe ich schon wegholt. Den habe ich gesnackt, du. Nee, der stand gerade bei mir, du Bob. Alter. Scheiße, Tank, Tank hinter mir. Höh. Boom. Stirb. Höh. Alter, ich habe hier, glaube ich, gerade nicht... ...Born Area entdeckt. Alter, lad nach, lad nach, Mann. Ah, Mann. Ach, ja, den hast du wirklich gesnackt. Ich dachte, ich habe das gemacht, aber was warst du. Nee, den habe ich mir gesnackt, gesnackt, gesnackt. Den habe ich mir gesnackt. Genau. So. Oh, toll. Komm, wenn du im Milchbetrieb einsteigst, dann kann ich dich noch mitnehmen. Oh. Alter Schwede. Das ist hart. Oh, du schläfst wieder. Yeah. Martin, du bist dekadiert. Bist du das, Martin? Ja, das bist du. Dann hast du den Fratze. Oh, du Sackgesicht. Mann, das. Oh, du kam mir erst mal in fünf Minuten wieder. Oh, du bist so ein Lappen, ne? Was soll das? Weiß ich nicht. Wow. Matthias, du Schmerler, ey. Was denn? Ja, was soll das? Warum bin ich kein Commander mehr? We need repairs here. Ih, eine sinnvolle Aufgabe. Nein, aber wir haben gewonnen. Yeah. Yeah, check die Bild. Ach, wir haben alle vier eingenommen, oder was? Ja. Ja, alles eingenommen. Wir sind super, wir sind super. Wir sind supergeil. Und mit den Worten verabschieden wir uns von dieser Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. Tschüss. Und tschö.